Ich war dann an einer der Welle und deine Augenbrauen waren halt eben genau über der Kante von einem X-A-Train-Karton. Ja, wir haben jetzt mal ein Geräuschen über den Ekel, die können wir machen lassen. Ja, das ist gut. Ich weiss doch, wer gerade steht. Ich reige, du weißt das. Ich weiss, ich telefoniere. Gut, danke. Danke dafür.